Arbor Metals Corp ist der Branchenführer bei der Lithiumförderung. Kein Lithium ohne Arbor und keine Zukunftstechnologie ohne Lithium. Arbor Metals fördert in den USA und in Kanada unter modernsten Voraussetzungen mit hochprofessionellem Personal und umweltschonenden Methoden. Der Rohstoffpreis für Lithiumcarbonat steigt und steigt und das wird auch die Arbor Aktie tun. Deshalb jetzt kaufen!